Stand 29. November 2017 Thomas Diethard gewann 2014 die Vierschanzentournee, danach musste er eine Reihe von Stürzen verkraften. Quelle Picture Alliance zu Mappres.com Der Gewinner der Vierschanzentournee von 2014 verunglückt im Training in Ramsau und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Für Thomas Diethard ist es die Fortsetzung einer unfassbaren Sturzserie. Der österreichische Skispringer Thomas Diethard liegt nach einem schweren Sturz auf der Intensivstation. Der Gewinner der Vierschanzentournee 20.132.014 verlor im Training in Ramsau in der Luft die Kontrolle, krachte auf den Boden und war kurzzeitig ohne Bewusstsein. Quelle DPA, sein Zustand gilt aber als nicht besorgniserregend, teilte der österreichische Skiverband USV mit. Diethard sei nach dem Sturz mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus in Schladming gebracht worden, hieß es. Der 25-Jährige werde zunächst auf der Intensivstation überwacht. Bei Diethard wurden eine schwere Gehirnerschütterung mit leichter Einblutung ins Gehirn, eine Lungenquetschung, starke Abschürfungen und eine Rissquetschwunde im Gesicht festgestellt. Diethard sei vollkontaktfähig, wird aber bis mindestens Donnerstag unter intensiver Beobachtung bleiben. Diethard hatte nach seinem unerwarteten Tunesieg auch wegen mehrerer Stürze nicht mehr in die Weltspitze zurückgefunden. Vor zwei Jahren erlitt er bei einem Sturz schwere Gesichtsverletzungen. Das Problem ist immer noch das Mentale. Die Stürze sitzen noch immer im Hinterkopf. Es gilt das aus dem Kopf zu kriegen, hatte Diethard erst im Oktober in Klingenthal gesagt. Urheberrecht wählten 24 GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die alpine Skiwelt trauert um David Poison. Zum ersten Mal nach 16 Jahren bezahlte wieder ein Athlet seinen riskanten Sport mit dem Leben. Nun liegt ein erster Bericht der kanadischen Polizei vor. Felix Neureuther war eine der großen Medaillenhoffnungen für die Winterspiele. Der deutsche Skistar war für Olympia in Topform. Doch nach einem Sturz im Training brach über ihm die Welt zusammen. Nach zwei Kreuzbandrissen ist Severin Freund zum Warten verdammt. Dass Deutschlands bester Skispringer die Winterspiele 2018 in Pyongreng verpasst, ärgert ihn. Richtig bitter sei aber etwas anderes. Der nordische Kombinierer Johannes Reizek steht jetzt im Guinness Buch der Rekorde. Der vierfache Weltmeister lief in Oberstdorf die Skisprungschanze hinauf, schaffte 50 Meter mit 37 Grad Steigung in 27,69 Sekunden.